DFG Science TV – Suche nach Heilung gegen das Vergessen, wie Zebrafische helfen, Alzheimer zu verstehen. Ist es möglich, einen Zebrafisch genetisch so zu verändern, dass er Symptome von Alzheimer bekommt? Diese Frage versuchen die Forscher am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in München zu beantworten. Einer von ihnen ist der Doktorand Dominic Pacquet. Er versucht, einen Zebrafisch so zu verändern, dass dieser schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium Anzeichen von Alzheimer aufweist. Es wäre schon ziemlich cool, so einen Zebrafisch zu machen, bei dem man nach ein paar Tagen schon Alzheimer beobachten kann. Denn zu diesem Zeitpunkt sind die Fische noch komplett durchsichtig. Man kann wirklich reingucken und sehen, was passiert. Das wird aber, denke ich, nicht einfacher werden, dieses Alzheimer-Gen in den Fisch reinzubekommen. Denn das hat von mir noch niemand gemacht. Aber ich habe schon bei richtig guten Ideen, wie das funktionieren könnte. Und das wird ein Haufen Arbeit werden. Aber wenn das Ganze funktioniert, dann sind wir mit Sicherheit einen sehr großen Schritt weiter. Bevor jedoch das Alzheimer-Gen in einen Fisch injiziert werden kann, muss Dominic das Alzheimer-Gen Tau so präparieren, dass der Fisch dieses später selbst bilden kann. Nicht ganz einfach, denn ein Stück der menschlichen DNA muss dazu in einen sogenannten Vektor, ein Transportvehikel, kloniert werden, der dann das Tau-Protein zusammen mit einem leuchtenden Farbstoff im Zebrafisch bilden wird. Während er die neue DNA in die befruchteten Fischeier injiziert, muss der Doktorand besonders vorsichtig sein. Der Embryo darf nicht verletzt werden. Schließlich soll das Ei die fremde DNA in sein Erbmaterial aufnehmen und das Alzheimer-Gen Tau bilden. Ob sein Plan funktioniert, wird Dominic wissen, wenn die Nervenzellen des injizierten Fisches unter dem Fluoreszenz-Mikroskop rot leuchten. Denn die Fischlarven, die leuchten, tragen das Alzheimer-Gen. Der erste Versuch, leider ein Fehlschlag. Keiner der Larven leuchtet, sie haben die DNA nicht angenommen. Jetzt alles nochmal von vorn. Auch beim zweiten Versuch leuchten die Zellen nicht rot. Doch beim dritten Anlauf ist etwas auf dem Bildschirm zu erkennen. So Dominic, wie geht's denn aus? Hallo, ziemlich gut. Ja, was gefunden? Ja, ich habe jetzt, siehst du, habe jede Menge Schalen durchgesucht und habe jetzt einen dabei, wo du das gesehen hast. Super. Und ich habe gleich ein Bild davon gemacht. Cool. Und dann hier, guck mal. Und dann ziehe, drei, vier Embryonen drin, die nach dem Boden leuchten. Das werde ich mir jetzt nochmal im Detail angucken. Das werde ich mir jetzt nochmal raussammeln und dann gucken. Mann, ich habe jetzt ganz schön lange gesucht und wir hatten noch einige Rückschläge. Aber jetzt habe ich endlich die ersten Fische gefunden, bei denen das Alzheimer-Gen leuchtet. Und das heißt, ich habe es quasi geschafft, den Fischen dieses Menschen-Gen einzusetzen. Und wenn ich jetzt noch zeigen kann, dass die Fische wirklich Alzheimer-Symptome haben, dann haben wir wirklich ein neues Tiermodell, mit dem wir die Ursachen der Krankheit einfach besser verstehen können. Hat Dominic es wirklich geschafft, ein neues Tiermodell zu entwickeln? Das seht ihr in der nächsten Folge. Mehr auf DFG Science TV Weck den Forscher in dir!